ha doch noch geschafft ich würde gerne eigentlich pennen und mich erholen aber ich kann ja hier nirgends einfach rein und dann rasten die leute wieder aus wenn ich bei denen einbreche dann lasst uns halt nach rivet city gehen notfalls heilen wir uns halt ein bisschen hoch reparier das doch mal junge steht da so mit so einem messer in der hand was geht mit dem so f5 halt warte mal ich kann erst mal schauen wo ich überhaupt hin muss rivet city und arsch der welt da unten hin okay wir waren wo waren wir denn schon mal war ich hier schon mal war ich hier schon mal aber hier bei den abwasserrohren dann ist der weg nicht mehr ganz so weit hätte ich auch mal vorschauen so schauen können in die richtung sehr wenig schuss entdeckung du kaufst wohnung hier soll jemand wohnen schöne wohnung hat er hier hier ist ein koffer dirty pre casual wir brauchen wir nicht keep your weapons holstered or get shot okay wir haben unsere waffe ja drin gehen wir mal rein oh ha der hat hier aber die ladies am start der boy war mit wem zum teufel habe ich zu tun guck mal hier egal sie brauchen einen trink jerry ich bin am verdursten hier was waren sie hier draußen so allein fressen saufen furzen und bubsen hier draußen gibt mir niemand auf den sack ich kann tun was ich will und mit wem ich will okay ich sollte besser gehen wir kommen wer sind diese mädels und wo sind ihre klamotten dass sie meine party mädels ich bin viel zu männlich für eine einzige frau deshalb brauche ich zwei ich treibe sie jede nacht bis zur erschöpfung warum sollten sie sich die mühe machen sich anzuziehen wenn ich sie dann doch nur wieder raus ziehe ah der boy dann sind die mädchen also ihre huren nein das sagen wir nicht wir wollen ja die mädchen nicht beleidigen hey kann ich was von dem fußel haben bitte sehr nehmen sie sich einen aus dem schnappsschrank leuten ohne trink in der hand vertraue ich prinzipiell nicht natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der hand alles klar hau rein sehen sie zu dass sie die tür nicht am arsch erwischt clown fresse hallo sind wir heute aber ich muss weg ja schönes etablissement hat er hier tobi hau rein schön dass du vorbeigeschaut hast mach dir noch einen schönen abend beziehungsweise gute nacht und bis zum nächsten mal ja ich glaube hier können wir jetzt aber großartig nichts mehr machen die statue ist auch nicht schlecht die beiden mädels gehen schon nach oben na gut ich gehe erstmal hier wieder raus ne immer schön schleichen vorne sollen wieder irgendwo gegner sein egal wir begeben uns in richtung rivet city habe ich eigentlich jetzt die power faust ne immer noch den stick ja der ist aber nur gegen die ratten gut da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber vorne sind auch noch leute werden mir schon angezeigt dank meiner hervorragenden hervorragenden wahrnehmung auf oder und 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 Patrick, fällt dir eigentlich was auf? Was soll man auffangen? Habe ich irgendwas verpasst? Rance ist einfach mit Blindheit geschlagen. Warum? Hä? Echt? Was habe ich denn? Die haben mich noch nicht bemerkt, Leute. Ha ha! Okay, jetzt geht die Party erst richtig los. Einmal hier, den treffen wir hoff ich. Und einmal hier. Boah! Der ist down, der Ball. Aber der hält gut was weg. Oha! Der erste Fallout-Stream, wo du aktiv bist. Ah, echt? Echt? Sword of Shotgun hat die alte nur gehabt. Könnten wir mal mitnehmen und in Ravid City vielleicht verkaufen, wenn da jemand ist, der sowas annimmt. Die Pistole nehmen wir auch mal mit. Psycho hat er auch mal mit. Geile Sache. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Fallout denn, ob es dir Spaß macht, Fallout anzuschauen. Oder bist du nur wegen mir hier? Das würde mich natürlich auch sehr freuen. So, was haben wir denn hier schönes? Psycho! Sehr gut. Ansonsten... Alle gehen schlafen, aber die Zahl der Zuschauer steigt. Ja, so muss es sein. Das freut mich doch. So, hier könnte ich mich nur hinsetzen. Nicht schlafen. Okay. Hm, Schrotpatronen. Nehmen wir auch nochmal mit. Manta, jetzt nehmen wir auch mit. Ja, Whisky. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht mitnehmen. Hier ist auch wieder Whisky. Brauch gar nicht schleichen. Die sind ja eh alle tot. Ha! Haben wir alle gekillt. So, Kuchen, Cheesecake, Factory, Shit. Meierlöck-Fleisch. Das ist sogar richtig was wert. Meine Güte. Kannst mal sehen. Ein Druckkochtopf. Ah, guck mal. Hier sind sogar noch Betten. Spielzeug, Auto. Erste Hilfe, Kasten. Stimpack, Redix. Medix, Medix. OP-Schlauch, Red Away. Redix. Oh, Mann. Wodka, das läuft ja bei uns. Oh, das ist aber süß. Das freut mich doch. Deckung. Oh ja, das wird uns bestimmt auch noch mal eine Stunde schlafen, dass wir wieder viel AP haben. Ähm. Wir haben wieder einen Dingens bekommen. Deckung, Deckung. Da ist es. Sprengstoff um eins erhöht. Yes. Sprengstoff um eins erhöht. Geil. Ich finde Sprengstoff. Ich finde Sprengstoff. Oh, sehr schwer. Lecko mio, ey. Eine hunderter Fähigkeit braucht man dafür. Boah. Das ist... Ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Hashtag Vodka. So. Oh, guck mal. Hier liegt auch noch ein Teil von dem Raider. Red Shadow, hau rein. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Schnell speichern. Was ist das da unten für ein Boy? Der ist friedlich. Hallo. Moin. Was darf's denn sein? Äh, bieten Sie irgendwas zum Verkaufen an? Ein paar Sachen habe ich schon. Oh, yeah. Gute Nacht, Vinny. Hau rein. Die chinesische Pistole. Ah ja, die 10mm Pistole ebenfalls. Dann die ganzen Schüsse. Die behalten wir. Sherry Bomb Energiezer. Dann entwarnen siegt. Auuu. Miniatum, ne Meierlurk vielleicht. Können wir auch verkaufen. Braucht kein Mensch. OP-Schlauch brauche ich auch nicht. Die Power Fist brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich meine, wir schlagen eigentlich eh nicht mehr im Nahkampf zu. Wir hauen eher, wenn mit dem, äh... Mit der Schrotflinte. Ah ja, die Sword of Shotgun kann auch weg. Okay, oh ja. Da kriegen wir ein bisschen Geld. Aber vielleicht hast du ja auch... Oh ja, ein bisschen was hat er an Schüssen. Ja, aber wirklich nur ein bisschen, wenn man das so sieht. Ein Schachbrett könnten wir hier kaufen. Das ist aber hier, doch. Ein Stimpack. Ja, mehr hat er mir nicht zu bieten. Dann bleibts dabei. Danke. Alles klar, hau rein, Junge. Bis später. Jo, bis später. Mit Sicherheit, bis später. Sobald wir nochmal wiederkommen, ey. Ja, ich hab ja ne geilere Waffe. Die Sword of hat leider nur zwei Schuss. Ich hab ja hier die gute... Hier. Ne, das ist die Sniper. Ah, die könnte ich so gut gebrauchen jetzt. So wie es aussieht. So, warte. Die Viecher sind so strunzend dämlich. Ähm. Der kriegt ne Mine ab. So ein Vollidiot. Ah, ist schon down. Okay. So. Oh, der bringt noch nicht mal was, ey. Ist das ein Kackvogel? Lohnt es sich in Sprengstoff zu investieren? Ähm. Was heißt Lohn? Ich finde irgendwie, es macht Spaß. Also ich hab das jetzt zum ersten Mal eigentlich gemacht. Denn wir hatten ja... Ähm. Wir haben gemeinsam quasi hier die Anfangskillung gemacht. Weil wir einfach den Test gemacht haben. Den GOAT. Und dann haben wir das genommen, was da vorgeschlagen wurde. Und dann haben wir wenig Schaden gemacht. Und ich hab sonst auch noch nie mit Sprengstoffen gespielt, muss ich sagen. Aber es macht ja schon Spaß irgendwo, ne? Au! Fick! Dich weg, du Hörfürst! Okay, da gehen wir schon mal nicht lang. Komm ich hier rüber? Garantiert doch nicht, oder? Gefahr im Verzug wieder, ey. Ich muss nach Rivet City kommen. Wir warten, bis das Ding ins Weg ist. Das war nicht meine Schuld. Das war vom Spiel. Das hat daneben geschossen. Immer noch Vorsicht! Was will der von mir? Lass mich in Ruhe. Das ist bestimmt immer noch der scheiß Super-Mutant da oben. Der war auf diesem Haus. Werden mir sogar mehrere angezeigt. Das ist natürlich jetzt richtig unsexy. Gefahr! Gefahr! Boah, der hat mich nicht gesehen. Au! Au! Ich will doch nur nach Rivet City. Ist es denn so schwer? Scheinbar schon. Boah, ist aber noch ein weiter Weg nach Rivet City. Okay, wir müssen erstmal... Pass auf, wir machen es anders. Dreckigen Super-Mutanten, ey. Die Super-Mutanten gehen mir richtig auf den Sack. So, ich werde jetzt hier auf die Straße gehen. Oder... Also, wir gehen hier vorne gleich rechts. Was denn? Ach, da oben sind auch wieder... Ach, da oben sind auch wieder... Oh! 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 Boah, was hat der denn, ey? Granatwerfer oder so? Das ist scheiße. Okay, pass auf. Oh! So. Ey, ich will nur nach Rivet City. Ich hau ab. Okay, Leute, wir müssen irgendwie da hinkommen. Und zwar irgendwie am liebsten so, dass ich noch keinen Super-Mutanten-Hackfleisch werde. Wo geht der denn hin? Also, hier oben waren die drin, ne? Die Boys. Guck mal. Warte, wir pennen da vorne nochmal eine Stunde. Ich frage mich, wo der Typ hingerannt ist. Ganz ehrlich, was ging mit dem ab? Äh. Hallo, nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie geht es Ihnen so, Herr Raider? Ah ja, okay. Mir geht es auch gut. Dem ist das Auge runtergefallen. What the fuck? What the fuck? Warum schwimmst du nicht? Ähm, weil das Wasser ist, äh, verseucht. Das Wasser ist, äh, radioaktiv verstrahlt. Da möchte ich ungern reinspringen. Ich komme hier nirgends weiter. Scheiße, diese Stadt ist ja echt. Schon ein bisschen ärgerlich. Hey, Steffi! Grüß dich! So spät noch wach. Mann, Mann, Mann. Schön, dass du da bist. Okay, hier ist eine unsichtbare Mauer. Hier kommen wir also nicht weiter. Mir geht es ganz gut, David. David. Ich weiß nicht genau, David oder David ausgesprochen wirst. Wenn es mir nicht gut gehen würde, würde ich nicht streamen. Aber vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, bei dir ist auch alles okay. Spät, eher zu spät im Stream. Das stimmt. Aber ich, also bis zwölf mache ich auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Mal schauen. Ich komme hier nirgends hoch. Ja, jetzt bin ich schon so weit wieder zurückgelatscht. Ich drücke mal M. Dabei ist ja die... Ne. Scheiße, ich gehe ja total falsch. Okay, wir probieren was anderes. Wir gehen in die Metro. Vielleicht kommen wir, wenn wir durch die Metro gehen. Zum Dingens. Wir nehmen mal die Laserpistole für den Anfang. Wir wissen ja noch nicht genau, was jetzt hier auf uns wartet. Wie der Typ das Auge verloren hat, ey. Habt ihr das gesehen, Leute? Gule. Tjo, okay. Biene, schön, dass du dabei warst. Mach dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jemand hat Dalu gerade gesuppt, während er Grants hostet. Ja, kannst mal sehen. Gute Werbung mache ich hier für Dalu. Jetzt guckt jemand... ...über Dalu's Channel, meinen Stream und denkt sich... Tjo, dem müsste man ja eigentlich mal... ...subscriben. Muss ich Dalu nachher mal erzählen. Ja.